Hallo zusammen, in diesem Video wollen wir Ihnen unsere Trittstufe der Serie X3 Made in Germany vorstellen. Obwohl keinerlei Elektrik in der Stufe verbaut ist, fährt diese dennoch vollautomatisch aus, sobald die Schiebetür geöffnet wird und auch wieder ein, wenn die Tür geschlossen wird. Dies wird durch eine Verbindung mit der Schiebetür realisiert. Die großzügige Trittfläche mit 300 mm Tiefe und einer Breite von 1000, alternativ 1200 mm, ermöglicht das einfache Ein- und Aussteigen im gesamten Schiebetürbereich. Die Stufe ist für viele Fahrzeuge mit spezifischem Einbausatz bereits vorhanden und seit neuestem auch für den VW Crafter und MAN TGE auf der linken Fahrzeugseite verfügbar. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, wir freuen uns auf Ihre Anfragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.